Hallo wie geht es euch ich heiße Blau Lp also let's play und ich hab heute für euch ein Spiel das heißt Insektornator das ist eigentlich ein Shooting Game also mal Stopp ähm dann geht es um die hier fix und unten zu töten also ist eigentlich leicht ich komme gleich wieder und ich bin da in diesem Moment soll ich zehn Insekten töten oh es ist bugt weil ich auf der Internetseite spiele und noch Let's play mache auch shit bugt es nicht und hier müssen die Pistole bekommen ich hole eine Pistole und wir machen den nächsten den ich müsste ich nicht so schwer sein wo ok b b b b b noch um das ist unter ich auch noch vor allem dass wir machen und ich glaube das wird euch gefallen mindestens denke ich mal so und hoffe es um die Saison zu schon sagt um die Modus kommen ich mache es aber nicht müssen wir fliegen töten mit den Messer ich habe den Headshot mit dem Messer gemacht also bald Ferien, ich hoffe ihr fühlt euch gut abonniert auch mal den RealZoom macht coole Videos von Uncharted bis jetzt und ähm ah fuck GTA 5 auf der Playstation 4 mit seinen Freunden und mein eigener Kumpel der ist halt wird auch ein Lesplayer sein wow okay das wird heißen xx psk okay also nein egal also gucken wir mal wo wir da sind still hier also wir sollen für ein paar minuten das spiel spielen also für vier also ähm ich soll diese oh es packt die insekten töten das spiel ist nach einer weile langweilig und so immer in der weise für kleine kinder wenn schon dann die die schon wissen was so gesagt okay wenn ich einen besten pc habe mache ich besser lesbians das hat alles auch okay ich habe nichts bekommen immer noch ich warte noch eine kurze und dann bekommen wir es halt wenn ihr die maus hört entschuldige hier hat man halt die müssen die gaming maus das geht m b b b so ich kann nicht fiesen und versuchen wir es mal mit einer waffe naja aber geht auch nicht noch ein Plan heißt weiter Team ähm also ein Spiel und da will ich auch ein Lesplay davon machen aber noch mal okay noch Fehler die Sekten die ich tüten muss also es ist nicht Bandicam ich kann keinen Stopp machen ich werde es ja auch schnell da wo ich weggegangen bin und morgen bekommt ihr ein Spiel äh das heißt und hören wenn ihr das kennt von Steam das Free to Play ähm könnt ihr es auch mal spielen das ist eigentlich ein Survival Spiel wie den oder sowas in der Art ähm ich könnte mich auch auf Steam finden hat keiner gekauften Spieler bis jetzt deswegen hm ähm Steviere und Hunter also das habe ich schon wiederbekommen da das benutze ich doch ja klar das ist doch eigentlich auch 100 Insekten nicht schwer sein m 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 deswegen ich bin die schlussblut haben in minuten sieben 10 minuten werde ich mit dem deswegen die spiel ist nicht besonders da verliert man sowieso alles was man hier hatte und ich versuche die ganze zeit was zu labern ich kann es einfach nicht ich finde ich weiß nicht ich habe keinen plan vorbereitet das ich sagen will nein nein ich habe nicht ok ich habe jetzt nicht raus keine waffe wechsel kann man es auch machen also so keine schlechte Mauer planen zu treffen oder sowas ja ok hier herr singen klar ich habe ich habe Waffen namens Herzen bekommen sowas in der Art und das hat die glaube ich nein nicht diesen Insekten ich habe ich glaube ich noch nicht mal also ich spielte es in der Schule auf informatische Bildung glaube ich das so weiß noch zwei Tage und werden aber es ist schön das das ist mein erster Let's Play auf diesem PC ich werde nur ein paar von Turrent machen wo ist der Scheiß entdeckt wo ist der Scheiß entdeckt wo ist der Scheiß entdeckt aber das ist das scharf ok ok ist gut eine fliege lesbisch und und wie gesagt ich weiß nicht wann ich es mache ich weiß halt nur ich es mache das wird euch nicht mehr gefallen in den spiel die online sind die spielkosten und ich mache das ist es geht ich muss die sie hochlandes hink wo ist er hoh danke in diesem spiel 3 3 ich bin um ich kann noch Röntgen schadet um ich versuche schnell zu machen sie wird die Wälder dann beenden wir das ich weiß nicht wieviel es gedauert hat dass ich weg war ich mache ich halt eben 14 Minuten und ich schneide das hier aus dann ist es auch ich suche nicht diese Insekten die suchen soll es gehen hab ich Probleme damit da ist einer da sind zwei fuck da da mein Info hab ich selber gemacht deswegen ist es so schlecht dam 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 sieben mal seitdem aber ne ich sage euch echt jetzt geht mal auch früher so sein kam der ist cool so was er macht auch gute lesbis auf der ps4 macht auch streams wie man sieht ähhhh was sind so viele Insekten die kommen ach hier sind sie da gerade so bist du wir müssen wissen nicht noch zwei karten Lachen Weltanschatz und gehört uns ein und wirklich die Schuhe in der Kirche ich weiß wie die Klagen sind die Berichtung verschwunden Es ist unfassbar arg. Fuck. Wir sind 14 Minuten. Wir probieren leider so sehr fast nicht aus. Oder doch. Keine Ahnung. Wenn nur eine Karnate kommt. Dann fassen wir es noch. Ah, hier ist es. Noch ein paar Sekunden. Okay, das war eine Karnate. Ich versuche es nur aus. Und dann ende ich es. Es war schön für euch das Spiel zu machen. Wir sehen uns eigentlich morgen. Vielleicht Nachmittag. Und wir hören. Abonniert mich bitte. Und like dieses Video. Wir sehen uns morgen. Tschüss.